Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch das Wolfgangs Akkus vor und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Ich habe das Wolfgangs Akkus seit Anfang diesen Jahres und habe es auch so gut wie immer dabei. Als EDC-Messer und auch im Wald beim Bushcraften. Ich habe mit diesem kleinen, feinen Teil sogar schon batoniert, das geht auch, klar, jetzt nicht solche Stämme, aber so kleine gehen wunderbar. Auch sonst hatte ich das Messer schon sehr oft im Einsatz für Kleinigkeiten, Kartons aufschneiden, Fleischpackungen aufschneiden, Schnitzereien, all sowas. Und es ist immer noch sauscharf. Es kam schon out of the box sehr scharf an und ich habe es bis jetzt noch nicht einmal nachschärfen müssen, finde ich ziemlich gut. Das Ganze wiegt 41 Gramm, merkt man auch nicht, wenn man es trägt. Ja, es ist federleicht, ja, nach ein paar Minuten, mich stört es auch nicht beim Gehen, ja, also wenn das so beim Gehen sich so bewegt und gegen die Brust schlägt, stört absolut nicht. Da gibt es andere Messer, die sind dann ein bisschen schwerer und ein bisschen größer, da wird das dann schon nach einer gewissen Zeit sehr unangenehm. Geliefert wird das Ganze in diesem kleinen Karton hier mit Kugelkette. Die Kugelkette habe ich aber sofort ausgetauscht gegen das beiliegende Lanyard. Aus dem Grund, Kugelketten sind mir erstens zu instabil. Ich habe mir mal sagen lassen, dass das Absicht ist, ja, damit man sich damit nicht selbst stranguliert. Kann gut sein, ich weiß es nicht. Für mich ist das Ganze aber dann so sinnlos, ja, wenn ich das trage und will das so rausziehen und die Kette reißt mir dann kaputt, habe ich da auch nichts von. Und zum Zweiten, ich habe eine Nickelallergie, ich kann die Dinger dann sowieso nicht tragen. Spätestens im Sommer, wenn es dann anfängt zu schwitzen, habe ich hier alles Brot, Ausschlag, Juppend, muss nicht sein. Ja, Lanyard habe ich gerade gesagt, ist nämlich auch eins dabei und zwar aus dieser Kordel hier, ist er ungefähr so lang und ich habe mir gedacht, warum soll ich an so einem Messer noch so ein Lanyard dran machen, dann ist das Ganze wieder ein bisschen zu überladen für mich persönlich und habe das Ganze dann aufgefriemelt und habe mir daraus dann hier die Kette gemacht. Ja, die Klingenlänge ist 6 cm, ihr seht schon, das ist die Tanto-Variante, ja, dasselbe gibt es dann nochmal mit normaler Klinge in Full Black. Gefertigt wird das Ganze aus 440 C-Stahl, die Griffschalen sind aus G10, ja, super schönes, super tolles Neckknife meiner Meinung nach. Da ich verhältnismäßig kleine Hände habe, ja, für einen Mann, liegt das bei mir auch noch schön super in der Hand, man kann damit super arbeiten, ja, hier oben hat man dann noch ein kleines Gympin, finde ich super, ne, kann man ein bisschen Druck ausüben, kann man super mit schnitzen, wie ich ja eben schon sagte und für so Kleinigkeiten im Medici-Bereich, aber auch im Buschkraftbereich ein super Messer, auf jeden Fall. Ihr hört schon, Kaidex-Scheide sitzt ziemlich gut, sitzt fest, so fest, dass es nicht rausfallen kann, aber nicht zu fest, dass wiederum eine Verletzungsgefahr besteht beim Rausziehen. Ja, hält alles, passt, super. Ja, das Video war schon lange überfällig, ich wollte das immer wieder mal gemacht haben, hat sich dann irgendwie immer wieder verschoben durch andere Videos und andere Sachen. Jetzt bin ich endlich dazu gekommen, ja, also wenn ihr auf der Suche nach einem richtig, richtig guten EDC-Messer seid, ich weiß, Wolfgangs wird von den einen geliebt und von den anderen gehasst, ja. Ja, ist aber bei vielen Sachen so und wie alles im Leben ist es halt Geschmackssache. Mir gefällt es ziemlich gut, es ist schön, klein, schmal, leicht, sauscharf, was will man mehr, ja. Optisch finde ich es einfach ein Knaller, ja, natürlich Danto-Klinge, ja, ist natürlich Geschmackssache, ja, aber ein super Messer. Ich kann an diesem Messer absolut nichts Negatives lassen, ja, absolut klasse von mir, eine klare Kaufempfehlung, vor allen Dingen für den Preis, was es kostet, kann man definitiv zuschlagen. Jo, das war's mal wieder für heute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, ciao. Jo, das war's mal wieder. Jo, das war's mal wieder. Vielen Dank.